Jujujo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Dead by Daylight, wo ich mal sehen kann, spüle ich heute den Clownie. Schauen wir mal, wie gut das mit dem wehen. Juuu, da ist auch keiner, da ist keiner. Schwaner geflüchtet. Ah, scheiße. Das hießen wir dir. Was war jetzt? Da ist ja gleich mein Generator. Oh ja, oh ja, oh ja. Juuu, juuu, juuu. Der ist geworcht. Gibt es doch gar nicht. Ich hab dich. Lauf. Lauf. Au. Scheiße. Jetzt hab ich dich. Juuu. Na, wo sie ist. Hilfe, Eld. Hilfe, Eld. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Das du schon wieder drauf bist. Na, geh her da. Na, geh her da. Ja. Na, geh her da. Na, hab dich! Lauf! Wo ist denn die noch hier gerannt? Jetzt gibt es ja nicht, du musst ihn tun, dann hier sein. Hab dich! Ja, du hast viel geschrien. Wär ich! Hab dich! Aber die sind ja nicht ziemlich gut. Da kann ich bei Freinauhe. Hast du eine gemacht? Oh, die sind ziemlich gut. Hab dich! Ich... Ich seh dich! Hab dich! Das müsste dir da gewesen sein. Na, plötzlich finde ich es wohl wieder vorne. Ja, dann komme ich zu dir. Komm ich zu dir! Ja, wisch ich auch noch irgendwie. Wachst du das Ausgangsdor auf! Wachst du das Ausgangsdor auf! Wachst du das Ausgangsdor auf! Hab dich! Hab dich! Hab dich! Wachst du das Ausgangsdor auf! Wachst du das Ausgangsdor. Wachst du das Ausgangsdor. Wachst du das Ausgangsdor. Du hast du das ausgangsdor. Wachst du das Ausgangsdor. Wachst du das Ausgangsdor. Na komm her, lauf nicht weg von mir! Habt mit dir auf den Haken! Aaaaaah! Aaaaaah! Ja! Oh ja, T-19! Okay, jetzt ist die Luke noch mehr. Ah, dort. Es gibt ja nicht, wie wir die verraschen. So ein Generator kann der Druck setzen, da er ist. Was war jetzt? Ach, trage ich den Keller rein, bevor du wieder kommst. Alter, das war eine Schnolle. Super, nein. Liebe Runden. Schade, Marmelade. Schauen wir mal. Nein, verkehrt. Niemand ist denn gekommen, ein erbarmungsloser Killer. Na ja, wieder mal eine Runde geschafft mit dem Killer. Dann, ich wünsche euch was. Tschüss.